Der Salat ist den meisten von uns wohlbekannt, als hauptzitterte frische Salate, die entweder als vitaminreiche Beilage oder sogar als Hauptmahlzeit genossen werden. Außer seiner Gesundheits-Absatzzeichen und in den Eigenschaft als Nahrungsmittel ist der Salat aber auch eine Heilpflanze. Er wirkt beruhigend und krampfl-Absatzzeichen sind und kann daher gegen Krampfhusten, K. A.M. für der Verdauungsorgane und krampfartige Beschwerden des Kreislaufs angewandt werden. Sogar gegen Schlaflosigkeit und Nervositie soll ihr helfen. Um in den Genuss dieser Heilwirkungen zu kommen, kann man einfach der Salatmahlzeit genussvoll zusprechen. Heilwirkung Beruhigend, Gefs-Krampfle-Absatzzeichen sind, hantreibend, Krampfle-Absatzzeichen sind, Husten, Asthma, Krampfhusten, BL-Hangen, Verstopfung, Blutzucker senkend, hoher Blutdruck, Muttermilch F-Absatzzeichen-Dent, K.Ämpfe, Nervositie, Schlaflosigkeit, wissenschaftlicher Name. Lactu-Kazaziva Englischer Name Lettuce Volksmlich-Namen Gartensalat Laich, Anersalat, Kopfsalat Verwendete Pflanzenteile B. Älter Inhaltsstoffe Bitterstoff, Vitamine, Gerbstoff, Gerbsuhre, Glutaminsuhre, Lactopikrin, Oxalsuhre, Taraxastol, Tryptophan, Sammelzeit Juni bis Oktober